Ereignisse, Politik und Weltgeschehen 510-509. Der sagenhafte letzte etruskische König Lucius Tarkinius Superbus wird gemäß Überlieferung in der Schlacht geschlagen und aus Rom verbannt. Damit endet die römische Königszeit. Erste Konsulen der neuen römischen Republik sind der Legende nach Lucius Junius Brutus und Lucius Tarkinius Colatinus. Brutus fällt jedoch bald im Kampf, während Colatinus wegen seiner Verwandtschaft zum abgesetzten König in die Verbannung gehen muss. Ihnen folgen Spurius Lucretius Trizipitinus und Publius Valerius Publicula als Offektkonsulen. Als auch Trizipitinus stirbt, wird Marcus Horatius Pulvellus sein Nachfolger. In Athen wird Lysagoras im Sommer zum Archäon Eponymous gewählt. Kultur und Religion 13. September Der legendäre Konsul Marcus Horatius Pulvellus weit der Überlieferung nach den ersten kapitolinischen Tempel in Rom ein. Gestorben. Lucius Junius Brutus, legendärer römischer Konsul.